Willkommen bei Modellpilot.i.hu. Heute am Stand von Paritech. Paritech kennen wir doch. Wir brauchen gar nicht darüber zu reden. Aber neben mir steht Christian und Susanne, ich bin der Uwe und Matthias. Und Paritech setzt sich zusammen aus den beiden Namen. Wir haben schon öfters gesprochen über die Fox, über die AS-H-31, über die EB-28, über die DG-300 und so weiter und so fort. Eigentlich wollen wir nur noch eins sagen. Zum Schluss, Modellfliegen ist... Spitze! Jawohl, Dankeschön.